Herzlich Willkommen bei Gameplay Deluxe. Hier ist wieder euer Zockerhandi. Wir spielen heute Assassin's Creed Row. Schau mal was der so hatte. Hat angeblich Munition dabei. Und bei Säckepfeil kriege ich wieder. Nice. Wir haben mal die Plündern hier Leute. So und wie sieht es sonst hier aus? Jo alles Sperrzone und so weiter. Aber es hat sich doch rentiert. Eigentlich unsere Mission haben wir nur erfüllt oder nicht? Was ist hier jetzt? Zieh Leute. Jetzt sollen wir da hingehen. Genau. Aber wir werden es hier noch abgrasen. Dazu müssen wir hier rauf. Hier braucht keine Angst haben, weil ich tue ja keiner was. So das Fragmenthammer. Hier ist eine Schatztruhe. Die ist oben oder unten? Ist die da oben? Ich glaube die ist da oben Leute. Jetzt ist die Frage, wir kommen da rüber. Wie komme ich da rüber? Ich glaube über diesen Stein hier. Kann es sein? Ja jetzt bin ich hier zumindest. Ich sehe nichts. Ne, da komme ich nicht raus. Scheiße. Ah ne, sie ist unten. Okay. Ja, ja. Hola, bemmi, de, de, de. So. Das haben wir. Weiter geht es hier. Wie sieht es jetzt noch aus? Zwei Sammlerobjekte und eine Truhe und eine Aktivität. Das mit den Aktivitäten, das ist ein bisschen komisch, weil ich sehe hier keine Aktivität. Wird das erst freigeschaltet oder meinet damit vielleicht Tiere jagen? So, hier. Das ist in diese Richtung. Was ist mit dir los? Musst du kotzen oder was los mit dir? So, ich will da rauf. So, wir müssen da irgendwie rüber. Das geht über diesen Baum, da vermute ich mal. So, rauf. So, zack, zack, zack. Jawoll, das haben wir. Jetzt dieses Fragment. Da ist noch eins. Das ist oben auf dem Turm. Gut, da komme ich rüber, über die Leiter. Oder so. Geht natürlich auch. Da müssen wir aufs Dach. Na, wie kommt man da rauf, Leute? Hier? Nö, wie soll ich da rauf? Hä? Wie komme ich denn da rauf, Leute? So, jetzt springen. Nö. Scheiße, wie kommt man da rauf? Jetzt ernsthaft. Leute, wie kommt man da rauf? Hier ist nirgends was zum Krabbeln. Überm Baum sicher nicht, weil das ist das höchste, ist das da? Scheiße. Fuck. Ja, ich glaube, also, ich will es jetzt nicht behaupten, aber das sieht ein bisschen nach Bug aus, weil ich habe keine Ahnung, wie ich da rauf komme, Leute. Ah, jetzt geht's. Nix Bug. Nix Bug. Haben wir sich geirrt? So, jetzt hüpfig, oder wie geht das? Jawoll. So, wir kommen jetzt wieder runter. So. Gut, das haben wir. Der Bug war ein Rirtum. Muss nicht immer alles ein Bug sein. Die Kiste noch und dann haben wir es, glaube ich. Bis auf diese Tätigkeit, aber die finde ich einfach nicht. So, die Kiste ist über hier. Falsche Richtung. Aber so weit ist es ja nicht, Leute. So weit ist es ja nicht. Stückle. Ein kleines Stück. So. Um die Ecke. Ach du Scheiße, das sind wieder Bücher. So, jetzt die Kiste mal. Ist mir die gefolgt? Nö. Aber ich werde mir diese Wölfe mal schnappen hier. Mal schauen, was man mit dem Fell alles so machen kann. So, du auch noch. Oh, armer Wolf, aber ich brauche dein Fell. So, immer schön nachladen, damit alles ready ist. So, wir können was herstellen. Jetzt auf jeden Fall. Das geht dann im Menü hier. Ne. Falsches Menü. In dem Menü. Komm. So. Anfertigung. Was können wir tun? Oh, ho, ho, ho. Das ist doch geil, Leute. Guckt euch das an. Jawoll. Ey, was es hier alles gibt? Ich geh nochmal schnell alles durch hier. Wow. Das sage ich doch. Wow. Irgendwas konnten wir tun? Oh, ich weiß jetzt nicht was. Irgendwas war nicht unterlegt. Oh, wo war das denn? Hier. Nö. Blödsinn. Ja, aber ich habe keinen Elch. Das ist doch. Wir hatten hier. Irgendwas konnten wir freischalten, aber ich weiß nicht was. So, nochmal runter. Hier. Gut, aber dafür brauchen wir nur was anderes. Knochen. Ja, da war es. So. Wurf. Ah, okay. Wir können die Pfeile hier herstellen. Alles klar. Okay. Ähm. Ja, muss ich nur was freischalten und so. Aber es bringt mir nicht diese Aktivität hier, ne. Ich habe jetzt alles bis auf die Aktivität, Leute. Wir gehen zum Schiff. Und ja, sagt mir das. Wie funktioniert das? Muss ich das erst mit der Story freischalten oder so? Normalerweise stand da gesperrt, aber das steht ja nicht da. Also muss ja die Aktivität irgendwo sein, ne. Jagen kann es ja nicht sein, weil das habe ich doch gemacht jetzt, ne. Da fischen wir da wohl auch nicht gemeinsam, ne. Hallo, Dorfbewohner. Wie komme ich denn jetzt da rüber? Na, nehme ich halt den Wasserweg. Ist zwar nicht der schnellste Weg, aber mit da geht's auch voran. Da wird unser Shane mal ordentlich sauber. Ich meine nicht, dass ein Dreck hier ist, aber... Nichts überschwimmen! Die Kapitänskajüte brauchen wir. So. Gleich sind wir beim Schiffchen. Sauberes Wasser hier, sauberes Wasser. Schön klar. Also diesen Rambog, was ich da vorne habe, diesen Eisbrecher, der erste Mal geil, Leute. Das Ding muss alles freiräumen. So. Wir sind gleich da. Ja. Und wir sollen in die Kabine da rein. Was ist da unten? Jetzt muss ich mal schauen. Was ist das da? Fluss überqueren. Das könnte diese Nebentätigkeit sein, aber ich mache jetzt dies mit der Kajüte hier, weil... bisschen nach System, Leute, ne. Mal da, mal da. Das bringt ja auch nichts. So, wir sind in der Kajüte. Mit einem Mörser soll man so aufrüsten. Das ist das hier vermutlich mal. Oh, ne. Hier gibt's Kohle. Okay. Äh, das ist das da drüben. Wir schnappen uns jetzt einen Mörser. Mörser. Den habe ich schon geliebt bei Black Flag. Der ist geil, Leute. Verbesserung. Mörser, Mörser. Können wir uns leisten? Kein Ding. Zack. Mörser ist unser. Jawoll, Leute. Jetzt haben wir Mörser. So, Stärke des Gewehrs. Kann man nicht... Kann man nur was auf... Mörser. Den können wir nochmal verbessern. Tun wir da, damit er auch richtig reinhaut und nicht nur kitzelt, ne. Nichts gegen unsere Artillerie und so, ne. So, können wir noch was verbessern? Ich schaue jetzt mal alles so ein bisschen durch hier. Stärke des Dingsbums. Ne, ne. Da fehlt uns die Kohle. Das können wir machen. Puk... Was? Pukkelgewehrtrommel. Wow. Damit können die Pukkelgewehre ja morgen eine größere Menge Munition verschießen, bevor nach acht geladen werden muss. Das sieht ja geil aus. Das nehmen wir hier nochmal. So, was können wir noch machen? Stauraum für schwere Kugeln. Nehme ich mit. Nehme ich mit. Schwere Kugeln sind immer gut. So, was haben wir hier? Stauraum für Mörserkugeln. Auf jeden Fall Mörser sehr wichtig, sehr wichtig, Leute. Je mehr Mörser mitkommen, desto mehr Fun. Mörser war eine meiner Lieblingswaffen bei Black Flag. So, hier können wir jetzt nichts machen. Und jetzt... Ja, Munition bräuchte ich noch. Kann man hier nicht Munition kaufen oder so? Ich hoffe, die kriege ich jetzt dazu, wenn ich diesen Mörser... Mörser, okay. Sie können den Mörser entfernen, Ferndistanz, also halten Sie Q gedrückt. Okay, und dann danach mit der linken Maustaste runterpfeffern. Alles klar. So, das haben wir fein gemacht. Warte mal, hier, hier. Ne, hier kriege ich nur Muni. Ne, Muni, äh, Money. So, nicht Muni. Das Fort erobern. Jawoll. Zugbefehl. Mach ich nur allzu gerne. Diese Fortkämpfe waren teilweise schon herausfordernd, zumindest die größeren in Black Flag. Also, da freue ich mich wieder drauf. Da rumst's ordentlich. Das sind schöne Schlachten, ey. Okay. So, ich drücke jetzt mal die Karte und unterbreche es in die gellige Aule. Hier, wo ist das Fort? Das meint er offensichtlich nicht. Welches Fort soll ich hernehmen, Jungs? Hier ist keins markiert. Dieses Vorsamt-Besatzung wird vor der Morriganer zittern. Ah, jetzt. Okay, das wird erst markiert. War ich ein bisschen zu schnell. River Valley, Renovierung. Oh, das dauert, bis das renoviert ist. Okay, das kriegt man auch nicht sofort. Aber ist in Ordnung. Oh, das ist erst zu 8% geschafft. Das kann ich nicht sagen. So, wo ist jetzt mein Ziel? Das war doch gerade nur da. Ja, hier. Dies ist fort. Okay, das soll man tun. Und ich würde aber trotzdem sagen, weil ich schon hier bin, jetzt möchte ich das Flussdienst da machen. Geh mal rüber da. Schauen wir uns mal an, was das hier sein soll. Fluss überqueren. Da bin ich jetzt neugierig. Was soll man da machen? Hä? Oh. Achso, das ist ein Fluss. Scheiße. Ja, das wusste ich nicht. Wo bin ich denn jetzt? Okay, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Da gehen wir wieder zurück. Fluss überqueren. Da hauen wir wieder ab. Da hauen wir wieder ab. Das wusste ich nicht. Das ist ne Überquerung. Sowas wie ne Fähre. Gut, jetzt wissen wir es. Kannte ich noch nicht. Auch gemütlich, aber ich sage mal so, wozu habe ich ein Schiff, ne? Also das war jetzt nicht diese Nebentätigkeit. Ich habe es noch immer nicht gefunden, Leute. So, jetzt werden wir diese schöne Schlacht hier machen. So, geh mal rauf da. Alles klar. Alles klar. Ihr seht nie die Schlacht, Mastergist. Es gibt genug davon für unser aller Leben. Im Übrigen, wenn wir den Vorkommandanten finden, ergeben sich die Franzosen, oder? Allerdings, das ist ein guter Plan. Das ist eine Brick. Aber zunächst müssen wir die Verteidigung des Vors schleifen. Sonst graben sie sich ein wie ein... Die könnten wir platt machen auf die Schnelle. Das ist der Schwachpunkt. Feuer, Feder. Feuer, Feuer. Feuer. So, die schnappen weiter. uns, bevor wir hier noch andocken, sage ich mal. Da haben wir dann ein weiteres Schiff in unserer, die wollen abhauen, in unserer Flotte. Oh ja, der hat gesessen, Leute. Wir sind im Sperrgebiet, die finden das nicht so witzig, ich schon. Das werden wir jetzt dann hier. So, zehn Leute abknallen, das werden wir jetzt wieder machen, vorzugsweise wenn ich mich schützt, dann geht das ein bisschen geschmackiger. So, kann ich da, gibt's hier irgendwo ein Fass zum Erschießen. Zoom in Kammer, komm, zeig dich. Den haben wir. Den haben wir auch. Da ist noch einer. Drei haben wir. Oh, der war daneben. Den haben wir. Da ist noch einer. Ist ja kein Fass. Da gibt's schon Fass, Leute. Den haben wir. Den haben wir. Jo, es sieht gut aus. Zack. Haben wir geschafft. Es geht doch ganz, wo? Ich sage mal, moderat, effizient und so weiter. Wir nehmen das in die Flotte auch. Und dann werden wir dem Ford zeigen, wo es lang geht. So. Jetzt haben wir noch ein Schiffchen. Das ist auch nicht so klein. Mit dem kann man was anfangen. Yo, jetzt. Das war's. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi, Let's Play. Tschüss.